Press-On-Nägel, das ist wohl eine der schnellsten und einfachsten Varianten, um deinen Naturnagel zu verschönern. Aber dabei kommen auch immer wieder Fragen auf, wie zum Beispiel, wo muss denn da der Aufbau eigentlich hin? Und kann man die auffüllen? Das alles klären wir heute in diesem Video. Also viel Spaß und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Hi, mein Name ist Biene vom Pretty Nail Shop und ich erkläre dir in diesem Video alles, was du zum Thema Press-Ons wissen musst. Du findest unter dem Video übrigens Timestamps. Falls dich ein Thema jetzt nicht interessiert und du direkt vorspulen möchtest, kannst du das dort tun. Zunächst einmal, was sind Press-On-Tipps überhaupt? Press-Ons sind Full-Cover-Tipps, die im Ganzen auf den Naturnagel aufgesetzt werden und hinterher nur noch designt werden müssen. Und der Aufbau kommt quasi in den Tipp, er wird also reingefüllt. Die Frage, wo der Aufbau hinkommt, sollte also geklärt sein, es muss kein Aufbau mehr obendrauf, sondern er sitzt im Tipp drin. Die Press-Ons sollten natürlich wie jeder andere Tipp richtig sitzen. Der Tipp ist dann passend, wenn er an den Seiten deines Naturnagels bündig abschließt und in der Fläche nicht auf Spannung liegt. Du kannst ohne weiteres auch den etwas größeren Tipp wählen und ihn passend zufeilen, falls der Tipp mal nicht richtig sitzen sollte. Ich zeige dir jetzt auch direkt, wie man die Press-Ons befestigt. Dafür kannst du eigentlich jedes Material nehmen, das du möchtest. Es gibt aber definitiv Materialien, mit denen es sehr viel leichter klappt, zum Beispiel das sogenannte Glue-Gel. Das Glue-Gel siehst du hier einmal, das ist ein sehr, sehr standfestes Gel, das sich mit dem Pinsel eigentlich überhaupt nicht aufnehmen lässt. Es ist mehr so wie eine Kaugummi-artige Masse, mit der der Tipp dann aufgenommen und gesetzt wird. Der Vorteil beim Glue-Gel ist für mich definitiv, dass es genau dafür gemacht ist. Du kannst den Tipp loslassen, du kannst die Neigung korrigieren, es wird sich keine Luftblase ziehen und du wirst dadurch sehr viel weniger Probleme haben, den Tipp richtig zu setzen. Wenn dir das Video übrigens gefällt, würdest du mich maximal supporten, wenn du einen Daumen nach oben gibst und ein Abo dalässt. Du kannst die Press-Ons wie gesagt auch mit jedem anderen Material befüllen. Du kannst es mit Rubber-Gel machen, mit einem standfesten Aufbau-Gel, mit Acryl, aber meiner Meinung nach ist es mit dem Glue-Gel wirklich am leichtesten. Lass uns, bevor wir den Tipp setzen, nochmal auf die Sache mit dem Aufbau eingehen, denn das verwirrt manche noch ein bisschen. Beim Press-On-System füllst du deinen Aufbau in die Innenseite des Tipps. Du musst danach nicht nochmal zusätzlich einen Aufbau auf den Tipp arbeiten, das würde unnötige Mengen an Material ergeben. Das ist aber gleichzeitig auch ein großer Vorteil für Anfänger oder wenn es schnell gehen muss, denn du musst dir keine Gedanken um den perfekten Aufbau machen. Er wird innen reingearbeitet, aufgesetzt und es sitzt jedes Mal perfekt. Natürlich musst du deinen Nagel wie gewohnt vorbereiten. Das heißt, du entfernst die Nagelhaut, raust deine Naturnageplatte an und trägst bei Bedarf den Dehydrator oder den Primer auf. Wenn du Nägel hast, die zu Haftungsschwierigkeiten neigen, dann kannst du natürlich auch ein Rubber-Gel oder ein Haftgel drunter setzen. Allerdings musst du hier dann die Schwitzschicht entfernen und das Gel nochmal leicht anrauen. Ich kann dir aber sagen, ich habe das Glue-Gel ohne Haftgel getestet und es hat wunderbar gehalten. Ich hatte null Liftings und neige eigentlich sehr dazu. Wow, das war schwerer als gedacht. Auch die Haltbarkeit ist genau gleich wie bei jeder regulären Modellage. Du musst die Pressons auf keinen Fall nach jedem Mal neu machen. Also auch wenn der Nagel rauswächst, dann kannst du ihn nach drei bis vier Wochen wie gewohnt auffüllen. Ich habe dir hier mal einen Rauswuch simuliert. Den werden wir nachher auch zusammen auffüllen, damit du sehen kannst, wie das funktioniert. Auf eine Frage würde ich auch ganz gerne noch eingehen. Kann man die Nägel mit Nagelkleber befestigen? Ich würde dir ganz klar davon abraten, auch nicht für einen Abend. Denn der Nachteil ist, dass Nagelkleber in dieser Kombination keine so geschlossene Oberfläche bildet, dass Feuchtigkeit und Bakterien nicht die Möglichkeit hätten, sich darunter zu vermehren. Wenn du eine Modellage arbeitest, dann arbeitest du ja ganz anders. Du dehydrierst vorher, das Gel ist eine geschlossene Oberfläche. Dadurch kann man das nicht vergleichen und ich würde dir absolut davon abraten, Pressons mit Nagelkleber zu setzen. Auch stellt sich mir die Frage, wie man das ablösen soll. Das musst du in jedem Fall feilen. Einfach runterreißen ist hoffentlich keine Option. Noch eine häufig gestellte Frage ist, kann man die Tipps kürzen? Na klar, du kannst sie ganz einfach mit der Feile in jede Form und Länge bringen, die dir gefällt. Es gibt aber mittlerweile bei Jolifin auch neue Tipps in einer sehr kurzen Ausführung, die ich persönlich richtig gut finde. Das ist so eine leicht abgerundete, gerade Form. Also ich würde es als Business Shape bezeichnen. Trage ich selber sehr gern. Finde ich richtig hübsch und sind super kurz. Nachdem wir jetzt die häufigsten Fragen geklärt haben, gehen wir direkt zum spannenden Teil über. Wie befestigt man denn jetzt Press-on-Nägel? Ich habe mir meinen Nagel hier jetzt nicht vorbereitet. Lass dich davon nicht irritieren, wenn du das selbst machst, dann musst du natürlich vorab deine Naturnagelvorbereitung wie gewohnt arbeiten. Ich möchte den Tipp nachher aber sowieso wieder entfernen. Ich habe das jetzt also nur fürs Video gemacht und bereite deshalb meinen Nagel jetzt auch nicht weiter vor. Also du würdest ihn jetzt anrauen, die Nagelhaut entfernen und deinen Dehydrator und den Primer auftragen. Nachdem wir jetzt die richtige Tippgröße gefunden haben, kannst du dir den Tipp einfach wie eine Schaufel schnappen, damit ins Glugel gehen, um so deine passende Menge aufzunehmen. Ich ziehe mir das so ein bisschen über den Rand, dann habe ich nämlich am Rand auch keine Gelreste hängen, die ich dann nicht haben will und dann habe ich direkt mein Gel aufgenommen. Es ist natürlich ein bisschen Übungssache, herauszufinden, wie viel Gel du jetzt für deinen Nagel benötigst. Aber glaub mir, das geht sehr, sehr schnell. Setz es einfach ein, zweimal an und du wirst feststellen, die Menge war zu viel oder zu wenig und dann kannst du ja jederzeit nochmal nachnehmen oder was wegnehmen. Was ich jetzt immer noch mache, ich arbeite mir mit dem Handschuh das Gel so ein bisschen vom Rand weg. Es geht auch mit dem Finger, das ist tatsächlich kein Problem. Natürlich sollte man idealerweise immer fettfrei arbeiten, das wissen wir. Aber ich habe das ausprobiert. Am Handschuh klebt es tendenziell sehr gern und mit dem Finger lässt es sich besser nach innen reinarbeiten. Das Ziel ist nämlich, ich möchte das Material hauptsächlich mittig platzieren. Also versuche ich das Gel vom Rand weg zu arbeiten, damit es mir da später nicht überquillt. Dann kannst du den Tipp auch immer noch so ein bisschen an deinen Nagel anhalten, um zu gucken, ob die Materialmenge ungefähr passt. Was du jetzt nicht machen solltest, ist den Tipp hinten direkt am Nagelrand abzusetzen, denn sonst würde sich das Material nicht optimal verteilen. Ich mache das so. Ich setze den Tipp fast mittig auf meinem Nagel ab. Und dabei stelle ich ihn auch so ein bisschen nach oben auf, lege ihn dann erstmal ganz sanft auf der Nagelplatte ab und schiebe ihn dann nach hinten. Und während ich ihn nach hinten schiebe, fange ich an, den Tipp nach unten abzulegen. So verteilt sich das Material nämlich perfekt und dir quillt eigentlich nichts zum Rand raus. Sollte das dann doch mal passieren, dann liegt es in den meisten Fällen daran, dass du einfach zu viel Material verwendet hast. Und hier siehst du jetzt ganz gut, wie das dann in der Umsetzung aussieht. Also ich setze den Tipp relativ mittig ab, habe ihn dabei noch leicht schräg angehoben und schiebe ihn dann mit etwas Druck nach hinten, während ich ihn gleichzeitig nach unten platziere. Und dann verteilt sich das Material eigentlich ganz von selbst. Du kannst beim Glue-Gel dann auch loslassen, kannst die Neigung korrigieren, kannst hinten nochmal etwas Druck nachgeben. Und das ist eben der Vorteil, den ich an diesem Gel so gerne mag. Bei anderen Gelen ist es jetzt leider so, da würdest du loslassen und es würde sich sehr schnell Luft unterm Nagel ziehen. Das heißt, du müsstest, wenn du aushärten möchtest oder die Neigung kontrollieren möchtest, immer gleichzeitig auch festhalten. Finde ich etwas unpraktisch. Deshalb mag ich es so gerne, mit dem Glue-Gel zu arbeiten. Sollte das Material vorne unter dem Nagel, so wie bei mir hier, so einen ganz leichten Überschuss bilden, dann kannst du das entweder mit einem Silikontool rausnehmen oder, so wie ich jetzt, einfach stehen lassen, wenn es dich nicht stört. Das spürst du ja relativ schnell. Bei mir war es jetzt nicht so viel, sodass sich das unterm Nagel nicht unangenehm anfühlt und dann kannst du das auch einfach aushärten. Wenn es dich stört, am besten vor dem Aushärten entfernen. Und so sieht mein Tipp dann einmal nach dem Aushärten aus. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, bevor du dein Design arbeitest, ist mit einer Pfeile die Kanten etwas lang gehen, sodass, falls dort etwas Materialüberschuss ist, den du vielleicht nicht gleich gesehen hast, sich dort beim Rauswachsen keine hässliche Kante bildet. Das kannst du natürlich auch mit einem Fräserbitt machen. Das ist ganz dürbel lassen. Bei mir hat die Pfeile jetzt gereicht. Ich kippe sie also schön auf, sodass sie in meinen Nagelfalz rutschen kann und ich mich nicht verletzen kann und gehe dann mit zwei bis drei Pfeilstrichen einfach über die Kante. Danach wird der Press-On-Tipp noch anmattiert. Das ist super wichtig, damit euer Farbgel und euer ganzes Design nachher schön halten kann. Denn auf glatten Oberflächen hält kein Material und deshalb ist es wichtig, dass du dir eine raue Bufferpfeile nimmst und einmal die Oberfläche schön abmattierst und ordentlich anraust. Da kannst du auch noch mal ruhig mit dem Buffer schön in die Kanten reingehen, um auch die noch mal ordentlich auszuglätten. Anschließend wird nur noch der Pfeilstaub entfernt und dein Nagel ist fertig fürs Design. Du kannst jetzt also dein Farbgel auftragen oder einen Shell-Lack, je nachdem was du möchtest. Ich habe mich hier für einen Babyboomer entschieden. Das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Wenn ihr wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare und ich zeige euch im nächsten Video, wie man einen Babyboomer auf die Shell-Lack-Nägel bringt. Der ist wirklich super einfach und schnell und das kriegt jeder hin. Mit der Technik definitiv. Okay, schön, wir haben die Press-Ons jetzt drauf. Aber wie können wir die jetzt wieder auffüllen? Das zeige ich dir jetzt natürlich auch noch. Ich habe mir hier mal einen Rauswuchs simuliert. Die Nägel halten genauso lange wie jede reguläre Modellage, also drei bis vier bis auch fünf Wochen, je nachdem. Wenn du die Nägel jetzt auffüllen möchtest, dann solltest du am besten erst mal die Rauswuchsfläche, also den Bereich, der rausgewachsen ist, ausglätten. Ich mache das einfach immer mit einer Handpfeile. Ich nutze dafür gar nicht unbedingt den Fräser, denn der Aufbau und die Statik des Press-Ons ist ja schon so super schön und das ist ja auch nach dem Rauswuchs noch. Deswegen nutze ich das quasi einfach, feile mir also nur ein bisschen die Seitenwände in Form, die durch den Rauswuchs ein bisschen unförmig geworden sind. Das ist ja normal, wenn eine Modellage rauswächst. Und ich korrigiere mir vorne ein bisschen die Länge. Also ich kürze mir meinen Nagel ein und arbeite einfach so ein bisschen die Form wieder in Shape, zumindest wenn du von oben drauf blickst. Auf der Oberfläche meines Aufbaus mache ich gar nicht viel. Ich lasse die Pfeile also schön aufstehen, damit sie nah an den Nagelfalz ranrutschen kann und ziehe mir dann einfach nur ein paar Mal über den Aufbau, sodass ich ihn anmatieren kann, die Farbe und die erste Schicht etwas entfernen kann, um zu sehen, ob Liftings vorhanden sind und gleichzeitig eben auch den Bereich, den wir nachher auffüllen wollen, anmatieren kann. Es ist also überhaupt nicht notwendig, dass du den Aufbau jetzt so weit entfernst, wie du es vielleicht sonst tun würdest. Denn wie gesagt, wir wollen ja die schöne Shape nutzen, das heißt, wir müssen eigentlich nur etwas Gel hinten in den Bereich des Rauswuchses reinschieben. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist die Nagelspitze auch mit der Pfeile etwas mitnehmen, sodass du dort die Oberfläche auch anrauen kannst. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dort noch Farbe vorhanden ist. Das macht gar nichts, vor allem dann, wenn du natürlich wieder Farbgel auftragen willst. Du kannst auch von der Seite immer ein bisschen gucken, damit du den Aufbau jetzt einfach gleich möglichst ebenmäßig anmatierst, denn sonst hast du nachher relativ viel Pfeilarbeit. Das schaffst du, indem du gleichmäßige und lange Pfeilstriche ziehst. Vor allem hinten, wenn ich dort keine Liftings habe, brauche ich eigentlich nur anmatieren und ein bisschen in Form feilen, sodass ich dort den Bereich, den ich dir hier gerade zeige, nachher einfach das Gel reinschieben kann und es nach vorne auslaufen lassen kann. Also den Apex-Bereich feile ich eigentlich gar nicht großartig an. Ich gucke eher, dass ich mir den Nagel anmatiere und die Form beibehalte. So habe ich nachher nämlich ganz, ganz wenig Aufwand und einen schönen Refill. Viele denken nämlich immer, man muss die Press-On-Tipps bei jedem Mal neu machen und sie also komplett entfernen. Das ist auf gar keinen Fall notwendig und wäre viel zu viel Arbeit und schade um die schöne Base, die wir hier haben. Du kannst das also quasi sehen wie einen normalen Tipp, der jetzt ein bisschen rausgewachsen ist. Und ich finde sogar, dass der Refill bei den Press-Ons relativ schnell und einfach geht. Dadurch, dass ich ja diese schöne Grundform schon habe, muss ich ja eigentlich nur noch diesen ganz kleinen Bereich hinten auffüllen. Natürlich musst du auch beim Press-On-Refill deine Nagelhaut schön gründlich entfernen. Das mache ich immer ganz gerne mit einem Kugelbit und wenn es wirklich notwendig ist, nochmal mit einem etwas spitzeren Bit, mit dem ich dann mehr in den Nagelfalz reingehen kann. Bei mir reicht tatsächlich aber meistens der Kugelbit aus. Ich habe hier die Medium-Stärke verwendet. Ich verlinke dir natürlich wie immer alle Produkte einfach unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du gucken, was ich ganz genau verwendet habe. Danach wird mein Nagel einmal entstaubt. Ich kontrolliere nochmal, ob alles passt. Bei Bedarf kannst du jetzt einen Dehydrator und einen Primer verwenden. Und ich arbeite jetzt ganz gerne mit dem Quick-Aufbau-Gel. Das hat nämlich ganz gute Eigenschaften für das, was wir jetzt vorhaben. Das ist ein eher honigartiges Gel. Also ich würde sagen, es ist von der Konsistenz Mittelviskos. Zieht sich schön selber glatt. Und du kannst es jetzt einfach dafür benutzen, um es hinten, dort wo der Rauswuchs passiert ist, abzulegen, nach hinten zu schieben und dann nur nach vorne hin abzuziehen. Also ich gehe mit dem Pinsel direkt an den Nagel ran. Achte darauf, dass ich an den Seiten wirklich jede Stelle erwischt habe und da nichts vergessen habe, sodass wirklich jeder Part umschlossen ist. Gehe so nah wie möglich an die Nagelhaut und ziehe dann nach vorne in den Längen nur noch ab. Denn in den Längen brauchst du ja jetzt kein Aufbau-Gel, da hast du noch genug. Du füllst also wirklich nur den Part des Rauswuchses auf. Das schaust du dir dann auch nochmal von der Seite an, ziehst es nach vorne ein bisschen glatt und dann kannst du das aushärten. Ich härte das Gel immer 60 Sekunden unter einer LED-Lampe. Und so sieht mein Nagel dann nach dem Aushärten aus. Du kannst jetzt in der Reflektion des Lichts ganz gut erkennen, ob du irgendwo eine Delle hast. Also wenn das Licht gleichmäßig oder die Reflektion gleichmäßig über den Nagel springt, dann hast du auch keinen Hubbel und keine Unliebenheit drin. Das heißt, wenn du gut gegelt hast, dann könntest du jetzt theoretisch einfach direkt das Farbgel auftragen. Du müsstest dabei nicht mal die Schwitzschicht entfernen. Wenn du möchtest und es ganz perfekt haben willst, dann entfernst du sie, bufferst nochmal kurz drüber und kannst gleich dein Farbgel auftragen. Das ist auf jeden Fall so eine der einfachsten Refle-Techniken, meiner Meinung nach. Und den Babyboomer, den kann ich euch auch sehr, sehr gerne noch zeigen. Wenn du da Lust drauf hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, ist aber ein bisschen älter, deswegen greife ich das gerne auch nochmal auf. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Abo dalässt und mir einen Daumen nach oben gibst. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat, ob es hilfreich für dich war und was ich sonst noch so alles zeigen könnte. Pretty Nail Shop Jedes Mal ein Päckchen Glück